Unglaubliche Tat im Allgäu. Syver sticht vierjähriges Mädchen im Supermarkt nieder. Ein Mann hat in dem Ort Wangen im Allgäu in einer Supermarktferiale plötzlich ein vierjähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen aus Syrien stammenden niederländischen Staatsbürger. Der 34-Jährige hatte laut Polizei keine Vorbeziehung zu dem Kind gehabt. Die Vierjährige sei mit ihrer Mutter in dem Geschäft gewesen. Ein mutiger Zeuge im Supermarkt hat die Tat beobachtet und schritt ein, nahm den Angreifer das Messer ab und verfolgte ihn auf der Flucht aus dem Markt. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei den Verdächtigen festhalten. Ein Motiv und der genaue Hergang der Tat ist noch völlig unklar. Fest steht, nach einer Operation ist das Mädchen nun in einem stabilen Zustand. Am Abend versammelten sich rund 100 Personen am Parkplatz des Supermarktes, legten Blumen nieder und hielten eine Mahnwache. Direkt neben dem Supermarkt ist ein Asylheim. Ob der Verdächtige aus dem Asylheim kam, ist noch völlig unklar.